So, jetzt starten wir heute mal mit Purple Ring Raketen von Niko. Dann geht's los. Hammer. Hammer Raketen. Wie hieß das Set noch mal? Keine Ahnung, der meckert jemand. Rocket Rally. Genau, für 20 Euro im Norma. Null. Null. Aber ich glaube, wir müssen fahren. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die kleine Produktvorstellung. Und bis zum nächsten Mal, Pyros. Okay. 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 -